und somit herzlich willkommen hier zu einer neuen folge hier bei ea sports ich bin seit 990 wir befinden uns hier in der woche 27 und wir setzen uns jetzt das erste mal in unseren gruppen aboliden in unseren gruppe aboliden dem lancia delta hf integrale wir schauen mal was das wird ob das überhaupt das wird kommen wir klar mit dem auto oder nicht oder verkaufen wir es direkt wieder hallo und willkommen zur dritten runde der championship hier bei der central europe rally wenn wir uns die vorhersage ansehen werden die crews für dieses rennen ihre ganze anpassungsfähigkeit unter beweis stellen müssen denn es sieht so aus als ob sich die wetterbedingungen während dieser rallye ziemlich verändern werden schauen wir uns nun an wie sich die gesamtwertung entwickelt es gibt viele crews die alle auf ein starkes um sich in der wertung nach vorne zu schieben es bleibt abzuwarten ob unsere aktuellen top 3 die positionen verteidigen können diese sind momentan dunghai bau und dohati es wird mit sicherheit ein tolles event werden und wer weiß wie die gesamtwertung nach der spannenden action heute aussehen wird alles klar es geht los die central europe rally ich denke du wirst hier gut zurechtkommen schauen wir uns mal die event details an drei stück 14 8,7 und 9 kilometer wir haben hier asphalt asphalt sonne überwölkt nachmittag nacht und morgen wir mal treiben war medium da haben wir mal mit dem medium reifen und machen jemand eine kurze shakedown phase start 280 6 rechts viel glück land hier world rally champion leute rechts steht es ganz groß 4 3 2 1 280 6 rechts macht zu 50 links überkuppel 90 4 rechts kurz nicht schneiden in 5 links macht zu 70 6 links überkuppel 160 5 rechts überkuppel 50 5 rechts überkuppel halb lang 80 verdeckt 3 links halb lang und 6 links 40 langsam 5 rechts 30 abzweigung 1 links macht zu und 3 rechts sehr lang 40 5 links kurz und kuppel 90 leicht rechts sauber 110 ziel ok im last wechsel ist das sehr instabil und mich gerade ein bisschen erschrocken tatsächlich so dann probieren wir jetzt mal unser glück aber ich bin mir sicher dass diese crew von anfang an einen guten so bin mal gespannt was wir jetzt beim ersten mal erreichen können 180 6 rechts viel glück ich denke hier nicht so viel 4 3 2 1 280 6 rechts macht zu 50 links überkuppel 90 4 rechts kurz nicht schneiden in 5 links macht zu 70 6 links überkuppel 160 5 rechts überkuppel halb lang 80 verdeckt 3 links halb lang und 6 links 40 langsam 5 rechts 30 abzweigung 1 links macht zu also wenn wir direkt hier neu starten 280 6 rechts viel glück direkt mal ins schild rein gehämmert 4 3 2 2 1 go 280 280 6 rechts macht zu 50 links überkuppel 90 4 rechts kurz nicht schneiden in 5 links macht zu 70 6 links überkuppel 60 6 links überkuppel 60 5 rechts überkuppel halb lang 80 verdeckt 3 links halb lang und 6 links 40 langsam 5 rechts 30 abzweigung 1 links macht zu und 3 rechts sehr lang 40 5 links überkuppel 90 leicht rechts sauber 110 leicht rechts überkuppel 80 links überkuppel 50 langsam leicht links überkuppel 40 abzweigung 3 rechts nicht schneiden 90 3 rechts kurz leicht schneiden und späte 4 links sehr lang überkuppel 50 6 rechts übersprung 400 überwellen 5 links macht zu und 3 rechts überkuppel macht auf 40 leicht links überkuppel und leicht rechts lang und leicht links 60 sprung langsam 90 4 links extra lang macht auf und macht zu überkreuzung in große kuppe 50 4 rechts kurz langsam 120 abzweigung 2 links sehr lang macht auf 4 lang 40 6 links langsam 60 abzweigung weite kehre rechts 100 leicht rechts überkuppel 90 4 rechts halb lang macht zu und 5 links nicht schneiden in 4 rechts überkuppel in 4 links und 4 rechts in 4 links 50 brücke in leicht links in leicht rechts lang wird breiter und 5 links überkuppel und 5 links langsam 120 abzweigung scharf rechts wird enger in 2 rechts kurz 50 3 rechts kurz und 1 links halb lang 30 scharf links 70 5 rechts 5 rechts 5 rechts 5 links und sofort scharf links in kuppel 50 3 links innen 60 abzweigung kehre rechts wird breiter 220 6 links überkuppel 270 langsam 2 rechts halb lang macht auf 200 6 links überkuppel nicht schneiden 190 leicht links achtung 100 abzweigung 5 links kurz überkuppel 5 links kurz überkuppel in 6 rechts brücke und 4 rechts in links überkuppel 70 leicht rechts 250 6 links kurz langsam in kuppel sofort 4 links 60 6 links 50 3 rechts überbrücke 180 abzweigung 1 rechts und 4 rechts überbrücke macht zu 2 150 3 links 70 6 rechts sehr lang nach kreuzung in kuppel und welle 100 leicht links links überkuppel und scharf links lang 90 leicht rechts überkuppel 70 kuppel 50 kuppel 50 kleiner sprung 70 das ist schon eine sehr schnelle etappe hier macht auf 6 lang langsam 40 scharf rechts macht zu nicht schneiden 40 rechts überwelle 30 3 links halb lang in kuppel 90 3 rechts kurz 40 4 links macht zu in leicht rechts und 6 links übersprung lang macht zu 4 und scharf rechts scharf nicht schneiden in 3 links macht auf 70 50 lang kuppel und leicht links langsam 30 1 rechts halb lang macht zu 50 scharf links lang und 6 links lang und späte 5 rechts 100 welle 70 kuppel und 4 rechts kurz 100 leicht rechts 60 5 links kurz 120 5 links kurz 120 3 links kurz 50 kuppel und leicht rechts halb lang macht zu in 6 links überkuppel langsam 80 späte scharf rechts halb lang 80 scharf links halb lang macht zu 90 90 leicht rechts halb lang langsam 50 1 links macht auf und leicht rechts sehr lang macht zu 6 in 6 links langsam 50 1 links macht zu und scharf rechts 80 90 lang kuppel und 3 rechts 90 welle 60 4 links überkuppel 50 6 links macht zu 5 überkuppel 140 bremsen 4 rechts durch senke 70 6 rechts über kleinen sprung 60 4 rechts kurz überkuppel in 6 rechts sehr lang langsam 50 verdeckt scharf links 30 weite kehre rechts 50 leicht rechts langsam 70 6 links und 4 rechts kurz über ziel und 3 links bis stopp ok das ist eine zeit von 7 minuten 34,9 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10 11 10 11 12 12 12 12 13 13 12 13 Eins links kurz und drei rechts, halb lang, 140. Leicht links, 60, vier rechts kurz, innen, 270, langsam. Leicht rechts, 40, Abzweigung, eins links, 50. Rechts über kleine Kuppe, 90. Leicht links, 240, langsam. Schikane, links Eingang, 260. Sechs links, langsam, 120. Drei rechts, halb lang, 140. Vier links über Kuppe, 150. Kleine Kuppe, 100. Späte fünf rechts, langsam, 50. Sechs links kurz, 40. Zwo rechts, 150. Abzweigung, drei rechts kurz, 140. Abzweigung, sechs links über Kuppe, in leicht rechts und eins links kurz. In leicht links, lang, 170. War doch kein Sex. Leicht rechts, langsam, 70. Abzweigung, zwei rechts, 50. Abzweigung, scharf links, 40. Fünf rechts, 50. Vier links, macht zu. Durch Tunnel, in drei links, 100. Fünf rechts über Kuppe, macht zu, Überkreuzung, 160. Leicht rechts, macht zu, drei. Halb lang, macht auf, 130. Fünf links, langsam, 40. Vier links, halb lang, 30. Eins rechts, macht zu, nach Kreuzung. In vier links. Und fünf rechts. In leicht links. Leicht rechts, 40. Langsam, fünf rechts, 60. Abzweigung, weite kehre links. 50. Späte zwei rechts. Halb lang, macht zu, 40. Eins links, halb lang, macht auf, 30. Vier rechts, halb lang, macht zu. Und leicht links über Kuppe, 40. Sechs rechts, in Kuppe, 120. Fünf rechts, sehr lang, macht zu, 130. Leicht links über Kuppe, 80. Verdeckt, drei links kurz, 60. Zwo rechts, halb lang, Überkreuzung, 100. Drei rechts, macht auf, lang, und Kuppe. In späte drei links, sehr lang, 80. Drei links. Ich denke, was ist... In Kuppe, in sofort eins rechts, lang, 80. Späte eins links, macht auf, vier, lang, 260. Das Auto hier soll mal einer verstehen, ey. Langsam, sechs links, in fünf rechts, kurz, in Kuppe. 50, Abzweigung, scharf links, nicht schneiden. 90. Leicht links, 70. Vier rechts, halb lang, 80. Leicht links, langsam, 30. Zwo rechts, sehr lang, 120. Vier links, 100. Achtung, zwei links kurz, 90. Leicht links, leicht rechts. Und fünf rechts, langsam, 70. Weite kehre links, macht zu. 50, fünf links, 40. Kehre rechts, 40. Fünf rechts, überziel, 90. Bis stopp. Okay, das ist eine Zeit von fünf Minuten. 4,1. Schwierig, schwierig, dieser Bolide, besetzt hier. Leider wird diese Crew nach der Etappe in der Gesamtwertung um ein oder zwei Plätze zurückfallen. Die Etappen sind aber auch echt hart. Nächste Etappe. Das kommt mir jetzt wenigstens mal kurz zum Service Park. Damit begeben wir uns in die letzte Etappe des Events. Sie kann über die Chance einer Crew auf das Siegertreppchen entscheiden. Mal sehen, auf diese Crew das Zoll der Tour hat zauber durchzukommen. Start, vier rechts, drei links, viel Glück. So, dann müssen wir jetzt mal abliefern. Vier, drei, zwei, eins, go. Vier rechts kurz und drei links, sehr lang, macht zu. 80, fünf links, langsam, 60, kehre links, 40, sechs rechts, 60, kehre rechts, 50, fünf links und leicht links, leicht rechts, 70, zwei rechts kurz, 90, drei rechts kurz, 120. Zwei links, sehr lang, macht zu. Und leicht rechts, 100. Oh, blabbi. Und direkt. Start, vier rechts, drei links, viel Glück. Fünf, vier, drei, zwei. Eins, go. Vier rechts kurz und drei links, sehr lang, macht zu. 80. Fünf links, langsam, 60, kehre links. 40, sechs rechts, 60. Kehre rechts. 50, fünf links, fünf links, und leicht links, leicht rechts, 70, zwei rechts kurz, 90. Drei rechts kurz, 120. 20, zwei links, sehr lang, macht zu. Und leicht rechts, 100. Späte vier links, halblang, 80. Leicht rechts, langsam, 100. Bring it. Abzweigung, scharf rechts, nicht schneiden, 70. Fünf links, kurz über Kuppe und sechs rechts, 170. Welle, langsam, 90. Späte vier rechts, lang, macht zu. Zwo, halblang, 80. Drei links, macht zu. Zwo, lang, in Kuppe. In drei rechts, macht zu. 60. Fünf rechts, macht zu. Vier, extra lang. In Kuppe, in vier links, sehr lang, macht zu. 110. Zwo links, halblang, Überkreuzung, 40. Späte vier rechts, nicht schneiden, 30. Lang Kuppe, in leicht rechts, 90. Achtung, vier links, lang, macht auf, 100. Kuppe, in fünf links, 40. Bremsen, rechts über Kuppe und späte drei links, halblang, macht zu. Und vier rechts. Mach zu, zwei, halblang, 30. Achtung, fünf links. Mach zu, eins, 70. Ich hab, warum? Abzweigung, weitekehre rechts, 70. Vier links, kurz, 40. Leicht links, leicht rechts. Und vier links. Und vier rechts, innen. In scharf links, macht zu, nach Kreuzung. Und vier rechts, lang, 30. Fünf rechts, 120. Vier links, lang, macht zu. Drei, macht auf, 80. Kuppe, 40. Achtung, vier links, Überkreuzung. In links über Kuppe, 100. Drei rechts, macht auf, durch Tunnel. Und späte vier rechts, 40. Sechs links, langsam, 80. Abzweigung, scharf rechts. Nicht schneiden, 40. Drei links, macht zu, Überkuppe, 60. Leicht links, 150. Langsam, sechs rechts, lang, 60. Abzweigung, eins rechts, kurz. In leicht links, in sechs rechts, Überkuppe, 140. Abzweigung, drei links, kurz. Nicht schneiden, 150. Zwo links, innen. Und sechs rechts, 60. Sechs links, 260. Achtung, späte fünf rechts, 150. Drei links, halb lang, 120. Fünf rechts kurz, 220. Langsam. Schikane rechts, Eingang. 200. 200. Leicht rechts, 60. Achtung, Kuppe, 100. Abzweigung, eins rechts, um Schild. Und sechs links, 280. Vier links, kurz, innen, 240. Drei links, halb lang, macht zu. Und zwei rechts, 50. Drei links, Überziel, bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von fünf Minuten, 13,8. Wir werden wohl keine Freunde werden. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwo auf dieser Etappe einen Zwischenfall gegeben hat, aber diese Crew hat leider einige Zeit und damit ihre Position in der Gesamtwertung verloren. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eure Seite. Eure Seite. Eure Seite. Eure Seite. Eure Seite. Eure Seite.